Ausgrenzung, dass die Homosexuellen ausgegrenzt werden. Das Wiederverheiratete, von der Kommunion ausgegrenzt werden. Unfassbar. Es ist keine Kirche für die Menschen, es ist eine Kirche gegen die Menschen. Die bischen Bischöfe wollen ihren Weg gemeinsam mit den Laien fortsetzen, trotz des Widerstands einiger Bischöfe aus dem konservativen Lager. Nach Wend soll die Synodalversammlung erstmals den Klang vorstagen. Kardinal Marx, denn es ist aber schon jetzt zu weitgehende Erwartungen. Dass also hier auch nur die Idee aufkommen konnte, von wem auch immer, die Kirche Deutscher wolle einen Sonderweg geben, wolle sie von der Weltkirche lösen und Entscheidungen fällen, die ihr nicht zustimmen. Bewegung kommt offenbar in die Frage der finanziellen Entschädigung von Missbrauchsopfern. Im Gespräch ist ein fauschales Schmerzensgeld von 300.000 Euro. Entschieden ist diese Frage allerdings noch nicht. Und der grundsätzliche Wille, dass man sich dahin begeben will, auf diesen Weg begeben will, der scheint mir deutlich geworden zu sein. Und das macht sich dann vorsichtig optimistisch, dass wir da auch zwei Behörungen erreichen können. Und das macht sich dann vorsichtig optimistisch, dass wir da auch zwei Behörungen machen können.